und los hallo youtube und willkommen zurück bei playzone tv mit mir der occasion wird der wixer der schießt schon wir machen ein one on one ja nicht wirklich hier sind noch ein paar andere okay in diesem epischen haus hier so sieht es aus dass ich will auch außerhalb des hauses grad und versuchen sie ja eben aufs maul zu geben ich versuche erstmal den typen da eben ab zu knallen aber irgendwie wird das nix ich helfe dir mal wenn er wieder vorkommt ich habe auch nur so eine scheiß pump kann siehst du den ja ich habe auch nur eine pump kann ich komme schon okay hab ihn da gibt es ja nur noch uns beide an blöder wichser heiße nachladen oh mein gott oh mein gott oh mein gott stirbt du schwein sie habe ich schon ordentlich kohle gemacht irgendwie schon 900 schon wieder 800 verlust so die müssen ja alle aus dem haus rauskommen richtig wenn ich nicht irre dann hatte ich das schon mal die moment anschlag oh gott die sind ja alle maus so auf den typen da scheiße er hat mich aber nur minus 815 habe ich verloren das ist episch geil so hans so bist du schon wieder wo hat er denn seine hitbox wenn mir das meiner sagen würde keine ahnung ziehen auf den hals oder was der für elend langes leben hat der tod hier ist ich bin kein arschloch so 10.000 habe ich schon 2000 die reingebracht aber wo schießt es denn hier hier sind alle noch oben oder wie sie nur das blitzen im nacken irgendwie kommt runter ja wenn ihr nicht zu mir kommt dann komme ich eben zu euch wo ist dem seine hitbox hast 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 du doch gemacht naja ich weiß jetzt wo seine hitbox wo denn voll getarnt man sieht dich da gar nicht im wixer du bist doch ein arschloch ein blödes nur weil du nichts drauf hast scheiße minus 1357 das ist mal wie du episch aufs maul kriegst von mir okay und jetzt ist glaube ich wirklich ein one by one nö ich bin im haus naja nur wir beide sind hier auf der auf der links glaube ich ne da ist einer unten ja ja so kann es gehen so ich bin außerhalb vom haus komm raus wenn du dich draus komm ja da ist noch einer irgendwo also ich sehe oder bin ich da eine feier ne ich glaube nicht ne boah nicht auf mich dann ist ein wichser das ist ja unglaublich wo ist denn der nubi jetzt hier wo ist denn der sag doch mal was sprich doch mit mir warum sagst du denn nix oh kasvalla du wichser stirb ja der kommt wieder von draußen er ist wieder in der küche die miste mal oh mist ey die alte schleimige krabbe also ich glaube richtig kohle werde ich hier auf dem server nie machen können und ich weiß auch warum ich bin zu schlecht so ich komme jetzt raus benni ja helf mir mal der typ steht da im flur woa 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 jetzt hat er mich von hinter dir hinter dir hinter dir ok ich muss noch ein bisschen in meine munition verschießen dass er wieder nachlädt ok ok den einen habe ich einen hast du ok oh der andere hat mich platt gemacht der hatte aber auch glaube ich irgendwie eine andere waffe ich bin mir nicht ganz sicher oh hans nicht auf mich nö nö ich schieße mich auf dich kommst du bad boy bad boy bad boy what you gonna do what you gonna do what you gonna do und das sollst du nicht tun yeah you and me nein dann lass uns die anderen nur platt machen dann verdienen wir jetzt mal ein bisschen Geld hier ich glaube draußen ist einer ok ich hätte den rücken frei ja ich bin an der küche ich deck da mal ab ok wir sind beide draußen kommst du oder nee ich weiß es doch pass auf der andere kommt gleich ich hätte den rücken immer noch frei ok so der eine ist tot und der andere steht da unten ok das sieht ja der mit der unbelievable hitbox na super da müsste er rauslaufen sonst kriegen wir den nicht schießt du noch auf den oder ich helfe dir gerade ja ich glaube man muss da echt auf die eier schießen damit der kackvogel verreckt oh dein kopf brennt it's a burning benni bleib weg du ich jetzt ja warte das war auf einmal auch scheiße fuck ey das war ich ach so entschuldige ja was glaubst du mir dann auch ins schuss fällt du Arno bei der musik hier oben in der küche die ist grauenvoll ist ja bestimmt wahrscheinlich auch GEMA nicht ganz so sehr unbedenklich guck mal da läuft er einfach so durchs haus wie die die schmuchtel da weil er da angst hat aufs maul zu kriegen klar aber ich hab ihn platt gemacht Hans hör auf da Entschuldigung Mann aber die Kohle hol ich nicht mehr zurück so ne richtige Arschkrabbe weißt du es ja weiß ich so ich bin auch schon wieder tot und der eine kommt grad von draußen rein wir werden vielleicht noch mal einen anderen Deathmatch Server irgendwie hier mal ja nochmal auf jeden Fall machen ich will grad mal den einen hier killen dm3 scheiße exit was ist denn eigentlich mit Stunt 1 wo sind wir denn hier 1 aus ja das sieht ganz gut aus hier ist dann 1 ok go karts t slash stunt 1 komm benni hier hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir benni oh schön yeah los gehts alter die dinge haben ja richtig saft drauf hier kleine Schumi wo bist du denn ach da hm 廢 ja ich hör den Sound oh da ist er Educativisch über die Schance springen hoihooo coo Wo stehst du denn? Ja, da, wo die Guckertzahlen waren. Ah, da ist auch ein Flugzeug. Da schießt irgendwer auf mich. Oh, sorry. Toll, jetzt hat mein scheiß Auto einen Platten hier. Lass uns den Penner da erledigen. Lass aussteigen und den abschießen, den Vogel. Was ist das denn für ein Bug? Da sieht man ja überhaupt nicht die, die, ähm, die, die Straße. Lass mal hier hochfahren. Ja, mein, mein Reifen ist erschossen. Ach so, dann, warte. Lass den rausziehen da, den Affen. So, Spitze. Ja, der wird jetzt merken, dass der Reifen kaputt ist. Komm, steig ein. Steig ein. Yo, ich bin drinnen. Tja, da guckt er jetzt natürlich doof, dass sein Reifen breit ist. Das hat er vorher nicht gewusst. Oh nein, Käsen. Mann, dieser blöde Wichser, ey. Was für ein Fail. Unglaublich. Wir waren so schön in der Korbe. Okay, wir machen es einfach gleich nochmal. Ich hoffe, der Penner da oben ist weg, sonst werde ich ihn... Oh. Oh. Okay, also ich glaube, da kann man nicht hochfahren. So ohne weiteres. Glaubst du auch nicht. So, jetzt aber... Wie gekonnt hier? Ich weiß auch nicht, ob man hier oben mit dem Go-Kart langkommt. Keine Ahnung. Hast du eigentlich einen Führerschein? Ich? Nö. Ja, das zählt man. Doch, klar, habe ich einen Führerschein, natürlich. Wow! Ich werde mit dir niemals in ein Auto steigen. Ich fahre eigentlich... Ich fahre eigentlich immer ganz vorsichtig. Das ist auch das beste ESP, nix bei dir. Das ist Hopfen Malz verloren. Hier, lass uns ein Flugzeug holen. Lass uns irgendwie ein Abballern hier. Ich habe eine Knarre. Ich bin tot. Oh, fuck. Ich auch. Nee, ich lebe noch. Ich lebe noch. Du bist da runtergefallen? Oh, Mann, ey. ATT Slash Stunt 1. So, ich bin wieder da. Jo, ich auch. Hier schießt irgendwer. Motorrad hier neben. Spreng mal drauf. Wir holen uns ein Flugzeug. Komm. Ha, warte. Ich muss ja irgendwo reinsteigen erstmal hier. So. Wo bist du? Auf dem Motorrad. Das soll das bei mir mit drauf eigentlich. Aber ist uns egal. So. Guck mal, was ich... Oh nein, schon wieder der Bug. Was denn? Lass uns hier mal den Lübchen holen. Da ist ein Heli. Ja, und gerade habe ich ja gesagt. Schneller. Alter, Heli-Flug ist... Wie will ich auch angehört kommen? Unglaublich. Wieso? Komm rein, Benni! Oh, oh mein Gott. Jetzt werden wir sie mal wegrotern, würde ich sagen. Ich bin in dunkle Erinnerung. Was ist denn das? Ein Wasser-Heli oder was? Oh, oh, oh. Weiß es. Hilfe! Oh, das soll es doch... Ich komme hier gerade so ein bisschen instrudeln. So. Aufpassen, aufpassen. Dann würde ich sagen, wenn wir mal irgendwo hinfliegen. Ja. Wo viele, viele Leute sind am besten. Wir lassen uns jetzt mal ganz elegant hier die Karte abfliegen. Jetzt schauen wir mal, ob hier auch irgendwer... Was ist das denn? Ich bin in irgendwelche Luftautobahnen preis, die dann irgendwann in den Himmel hervorbacken. Ich doch nicht. So, ach, was... Oh, coole Sache. Ja, hier sind eine Menge Luftautobahnen. Was sind denn das hier für spitze... Spitze Dinger da? So, ja, jetzt müsst ihr halt mal gucken, wo wir jetzt langfliegen. Ist das eine Idee? Ja, ich schaue dir nicht so wirklich zu, weil es schon skott sich. Ach, komm, hör auf! So. Warte, blick mal auf diesen hohen Turm da. Auf welchen? Auf dieses Hochhaus. Wir haben einen Fallschirm. Lass mal zum Abschluss einen Fallschirmsprung hinlegen. Oh, das ist eine gute Idee. Hier, neben den Twin Towers da... Pass auf, du springst mit dem Fallschirm in meinen Rotor rein. Ja, du musst erst mal höher fliegen. Ah ja, ist ja gut. Höher... Hast du das gehört? Doch, da links auf dieses Gebäude da fließt die Sky Tower. Ja, ja, ja. Springst du dann in meinen Rotor rein? Das kann ich machen, ja. Das ist spitze. Mal sehen, ob du es hinbekommst. Oder ob ich es hinbekomme. Bei deinen Flugkünsten hilft der beste Fallschirm nix. Guck mal, da ist sogar ein Landeplatz. Nur für uns. Wunderbar. Wie gesegnet. Episch. Oh, sogar Motorräder. Von hier kann man mit dem Motorrad runterspringen. Ach, ist nicht wahr. Hopp. Du bist eine kleine Rampe drüber. Bist du denn? Ich stehe schon hier bereit am Gitter. Okay, ready? 2, 3. Ui, Alter, scheiße. Ui, Alter, scheiße. Meinst du, wir kommen lebend an? Der Falsche geht nicht auf. Jawohl. Aber ich lebe noch. Wo bist du denn? Ja, ich fahre hier gerade rum jetzt. Ich habe bei der Ballast Base in der Nähe. Wo bist du denn hingesprungen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz weit weg. Wo bist du denn? Ähm, vom Motorrad gefallen. Und gestorben? Nein, ich lebe noch. Ich laufe gerade Richtung Ballast Base. Ach so, ich dachte, du bist im Sprung irgendwie. Ah ne, lass uns am Krankenhaus treffen. Ja, ich bin jetzt am Aimball, also Dings da. Ammonation heißt das Ding. Ammonation? Ja, sag mal, was redest du denn, dass du dann an der Ballast Base bist? Ja, ich bin schon ein bisschen weiter gefahren. Das Motorrad ist gar nicht mal so schlecht. Das ist schnell unterwegs hier. So, ich bin jetzt gleich am Krankenhaus, Benni. Glaub ich. Du bist mich eigentlich verarschen? Und ich habe vergessen, die Hafe des Todes zu stellen. Ich bin jetzt am Polizeirevier. Okay, da komme ich jetzt hin und da wartest du jetzt. Ja, ja. Und am Polizeirevier, du wirst das nicht glauben, steht ein epischer, epischer Heli. Echt? Ja, Mann. Ach, ist das schön, wenn man hier mit allem fahren darf. Wo bist du? Soll ich dich abrunden schon mal? So, komm hier. Mal gucken, wie ich hier am glücksten rausnavigiere. Ja, das brauchst du gar nicht gucken. Du wirst eh verkacken. Ach, Quatsch. Oh, da geht eine Mission, müssen wir machen. Drei, zwei, eins. Was? Was soll man denn jetzt machen? Weiß ich nicht. Dreh dich mal rum. Vielleicht sind irgendwelche roten Säulen abgebildet irgendwo. Siehst du was? Ich sehe nichts. Flight, no kills. Und ja, wo soll man das denn jetzt machen? Ja, ich weiß es nicht. Aber hier schweben Autos rum. Ach, nee, doch nicht. Hier ist ein epischer Stuntabschnitt. Ich würde sagen, dass wir den mal machen. Ja gut, dann vielleicht mal dahin. Dann ist die Aufnahme nämlich auch schon fast wieder vorbei. Ach, ja. Hier über den Dächern von, äh, ja, wie heißt denn die Stadt eigentlich? Ja, was weiß ich. Keine Ahnung, Neukölln. Naja, über Neukölln hier. Der Benni. Und der Karun. So, jetzt komm hier. Ein bisschen nach vorne musst du noch hier, du Mongo. Oh, boah, doch das was gibt. Klar. Es gibt auch für Fresse gibt das. Ich bin schon mal ausgestiegen. Ja, ja, spring mal schön in den Rotor rein. So, ich hätte gern das rote Auto. Hä? Bist du tot? Diese abgefuckte kleine Wink... Das ist doch gar nicht. Hat er mich echt? Nee, er hat's wirklich. Hat er dich gekillt oder was? Ja. Das ist witzig. So, ich versuch mal, ob ich jetzt hier... Boah! Alter, du hättest unbedingt das miterleben müssen. Das ist ja Wahnsinn hier. Das ist die geistige Strecke auf dem ganzen Server, Benni. Oh, ist das awesome! Ganz toll, du Arschloch. Ist das awesome! Die Aussicht! Wow! Fuck, Alter. Ja, das ist schon richtig geil. Das scheint sehr awesome zu sein, ja. Dafür hab ich einen Ballastrack gefunden. Oh, fuck! Hattest du mir runtergefallen. Was, wo bist du? An der Ballastbase? Ich bin gleich da. Nein, ich bin am Pay & Spray. Alter, ich seh die Bahn. Oh, ich hab eine Mission gefunden. Okay. Also Pay & Spray. Nein, ich verfolge die Bahn jetzt hier. Ich werde auf die epische Bahn springen. Glaub ich. Mal gucken. Kann man die anhalten eigentlich, die komische Drecksbahn? Das weiß ich nicht. Ich versuche gerade diesen Scheiß P in Spray reinzukommen. Äh, Mist. Hat nicht funktioniert. Dass die Autos auch kein Nitro haben hier, sei echt schon ein bisschen doof. Finde ich. Gibt's Nitro eigentlich standardmäßig in S.A.M.P. oder in San Andreas? Das ist jetzt die Frage. Ich bin jetzt hier gerade... Du kannst es aufrüsten von deinem Geld hier. Das mach ich gerade mit dem Monster Truck. Monster Truck mit Nitro? Ja. Nice to have. So. Du Scheiße. Du kannst das Auto auch abschließen mit Slash Parken. Ach, warte. Im Ernst? Ja. Coole Sache. You cannot mod this vehicle. Aha. So viel dazu also. So. Benni. Die Aufnahme ist leider schon wieder vorbei. Hier schießt irgendwer. Ich freue mich ja auf War Z wieder. Viele gucken es ja leider nicht. Vielleicht auch mal War Z schauen. Richtig, richtig geil das Game. Und ich kann verstehen, dass es nicht schaut. Benni ist ja mit dabei. Aber so ist es nun mal halt. Was heißt nicht schaut? Es schauen ja Leute. Oh, der ist aber jetzt schön hier durch die Luft gebackt. Wenig, Leute. So. Ja, also ich würde sagen, dass wir hier eh nichts Produktives gerade mehr machen auf dem Server. Sagen wir Tschüss. Warte mal kurz. Bis zum nächsten Mal. Warte mal. Nee, hat kein Nidroh die Karre. Ja, sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Benni. Und Cation. Ciao.